Okay ihr Freunde, welcome back. Also ich habe jetzt irgendwie nicht nachgeschaut oder was, aber ich bin bei einem Ding weitergekommen sag ich mal. Ja wo unten dieser See da war mit diesem Wasser, mit den Plattformen da so ein bisschen, ja halt. Auch das Ding hab ich irgendwie so ein bisschen vergessen halt. Ja, ist immer da halt ne. Und da ist ein so ne Tartarus Dingens und da ist hier sowas. Und lotter, lotter andres Zeugs. Oh Gott. Da sind da unendlich viele Gegner. Ja wirklich hier. Das Ding ist halt, ich meine es ist schon wieder irgendwie halb vier in der Früh hier und irgendwann würde ich gerne wieder echt Schluss machen. Aber es geht halt gar nicht irgendwie, wenn du kein Speicher-Dings findest, ne? Also ein Altar. So, was haben wir da für ein Ding? Ah ja. Na mal jetzt halt. Okay, das war gerade ein Ultra-Ruckler bei mir. So, dann haben wir da ein gelben Crystal, nein, ein Lilla-Crystal, okay. Und da vorne ist dann noch einer. Ja, irgendwie will ich diesen Riss aber irgendwie trotzdem gar nicht machen. Ich will wissen, ob es da weiter geht hier. Aber gut, wir machen ihn halt. Was soll's? Was soll man sonst machen hier? Ich hoffe, der dauert nicht zu lang. Lettes Thron. Oh, okay. Kiste. Kleine Kiste und noch kleinere Kiste, super. Aha. Keine Ahnung. Ah, ich bin ein Idiot. Einen Hebel muss ich ziehen, nicht den Schalter. Obwohl ich nicht glaube, dass das irgendwie richtig ist, oder? Okay. Okay, der ist halt alles gesperrt. Der ist eh logisch, ne? Okay. Ich kann mir aber sagen, was er damit auf sich hat, hm? Das ist irgendwie auch ein Scheiß-Rätsel. Ich meine, das ist doch kein Rätsel irgendwie wirklich, halt, ne? Einfach halt... Okay. Achso, warte, ist da eine kleine Kiste? Achso, ist das. Da ist die kleine Kiste drinnen, deswegen gehört da auch die kleine Kiste. Da ist die größere Kiste, deswegen... Na gut. Und was haben wir da für ein Spiel? Ich schau wirklich, das mit der Perspektive, ich finde das echt extrem scheiße. So, was geht hier ab, hm? Ich weiß halt nicht, was da ist, hey. Okay, der Typ soll scheinbar der Weg weiter sein, ja toll. Hätte ich mich auch sparen können, ne? Okay, da ist wieder die kleine Kiste drinnen. Da ist auch eine kleine. Und das ist aber eine große. Das ist aber auch eine große. Sehr gut. Ja, war irgendwie zu erwarten, ha? Gucken wir mal die irgendwie da. Na, das würde auch nicht gehen. Na, ganz nett hier. So, ist hier irgendwo... Ja, ich habe keine Ahnung, ob wir... Ich habe keine Ahnung, ob wir da jetzt richtig sind, oder... Na, das sind wir offenbar nicht. Jo, natürlich triffst du mich. Oh, aber... Die nehme ich auf jeden Fall mit. Habe ich eigentlich geschaut hier. War jetzt relativ zufällig. Amen. Das ist schön distinguisch. Oh witch, ich bin mit dir statutory dran. Wo should ich jetzt welche vor sich abhauen? Und das ist schön ist ja so. Höチ! Höch! 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 Was ist das für ein bescheuertes Rätsel? 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 Kann ich mir nicht vorstellen oder? Was ist das für ein bescheuertes Rätsel? Was ist das für ein bescheuertes Rätsel? Nein, ich habe das für ein bescheuertes Rätsel. Das ist das für ein bescheuertes Rätsel. Was ist das für ein bescheuertes Rätsel? Was ist das für ein bescheuertes Rätsel? Was ist das für ein bescheuertes Rätsel? Ja, ich weiss es nicht, hey. Scheiße wandern, ich weiss es doch. Obwohl ich glaube irgendwie... Keine Ahnung, wie lange ich da wahrscheinlich jetzt gebraucht hätte, bis ich drauf komme. Ja. Ja, da ist eine große Kiste drinnen. Warten wir nochmal bis er geschossen hat, der komische Hund da. Aber die können irgendwie zusammen scheinbar. Ah, jetzt ist der gelockt. Der geht mal nicht auf. Ja. Da müssen wir den aktivieren. Nussuus. Ja. Ja, aber damit haben wir halt einen kleinen da mitten. Oh, die Plattform bewegt sich. Sehr gut, so. Ach so, da ist auch ein Stein drinnen und nicht mehr so eine Holzkisse. Da hätte man halt irgendwie auch drauf kommen können. Okay. So, das gleiche machen wir mal irgendwie auf der anderen Seite scheinbar auch. Ja. Ja, das muss man gelassen. Also keine Ahnung. Das ist halt schon. Auch wenn wir Paare jetzt wirklich am Sack gehen, aber das ist echt gut gemacht. Also kann man nichts sagen. So, der hat wieder ein weniges. Was willst du von mir? Dass ich da rüber jump oder was? Wirklich? Na, oder? Aha. Da verschwinden auf einmal die Dinger. Echt fies. Geh doch runter hier. Na gut. So, komm mein Freund. Ich glaube das war es dann eh schon. Was ist denn? Wo ist das denn was? Aber doch. Und jetzt kommt es vermutlich dann wieder an. So. Oh, 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 oh. Okay. Wunderbar. Jetzt wird wieder so ein Dings kaputt. Aber wir kriegen da nichts dafür. Das kommt es mich am meisten an. Wenigstens irgendwie ein Ausdauerfeld oder irgendwie sowas. Nein. So, ich hoffe, dass es jetzt irgendwie weiter geht, weil... Tja. Ich habe zwar ein bisschen YouTube geschaut, aber bin ich nicht allzu schlau geworden. Okay. Was gibt es hier noch, hm? Außer zwei Feigen. Ich wusste, wenn ich wieder wüsste, wo ich herkommen bin eigentlich. Das ist neu. Das freut mich gerade, dass wir da gegen einen gespawnen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, ne? Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Aber das heißt auf jeden Fall, dass ich da eben noch nicht war, ja? Oh, fuck you. Hör auf. Okay, sterben will ich nicht, hm? Sterben will ich jetzt nicht, weil sonst... Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir sterben. Alter. Wie gesagt, sterben will ich nicht. Und keiner von euch hat wieder Heilzeugs, ihr Bastarde, hm? Oh, fuck. So, wo sind wir jetzt? Ich habe, glaube ich, seit acht Jahren nicht mehr gespeichert. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, das ist echt bitter. Aber gut. Egal. Egal. Wir sind ja gleich wieder da. Wir machen irgendwie Progress. Alles ist gut. Gut. Ich wollte, also... Ich habe auch immer noch einen wiegischen Schritt. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Aufhören. Nein, ich bin ja. Und da geht's, nicht so. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. So, alle da oben. Oh, da ist gerade das Licht angegangen, glaube ich. Oh, da ist da wieder Poseidons verkackte Unterwäsche. Okay. So. Noch mehr Unterwäsche, ha? Jo, ich will es haben. Danke. So, die Richtung stimmt jetzt schon mal. Bin ich jetzt endlich mal bei einem Altar? Oh, da ist fucking Poseidon. Da ist wieder eine Kiste, die wir nicht bekommen. Aber das können wir erinnern. So, da ist alles gut. So, da ist das gar nicht so schön. So, da ist alles gut. So, wie ein Mensch schätzchen Sie? So, da ist alles gut. So, ich bin einig. So, ich bin mir ganz klar. So, wenn du ihn mitfалог. So, du schon wundet. So, das ist ja so schön. So, das ist ja so schön. Okay, das wird schon wieder recht interessant. Okay, das wird schon wieder ziemlich brenzlig. Wie kann ich so ein kleiner Scheiß-Bastardo killen hier? Na schön. Auf ein neues. Die sind so nervig mit ihren Schilden. Okay. Die sind so nervig. 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 für uns auch gelbe, aber ok so, ja Schaden zuzufügen ich habe keine Ahnung, ob das jawoll wichtiger war, ein mehr Dings können wir noch mehr HP? Nein 40% Chance bei einem Treffer, das Ziel für 5 Sekunden zu betäuben einzufrieren nein, einfrieren will ich eigentlich nicht ja, dann nochmal machen wir betäuben und, keine Ahnung, gebe ihm, passt schon ich weiß nicht, ob man irgendwie ein Set also irgendwie so einen Bonus kriegt oder was wenn man vielleicht besser kombiniert, als was ich das mag aber egal, so, wir sind jetzt eigentlich relativ overpowered, oder? Schwert auf Max hier ich habe keine Ahnung mehr, heilt mich das jetzt irgendwie ganz checken tue ich es echt nicht ja, irgendwie schon scheinbar ok ok, lass mal ein bisschen Damage fressen so, wenn ich jetzt meinen 4er mache heilt es mich nicht ok ich hätte mich eingebildet, es hätte mich gerade geheilt aber irgendwie vielleicht war es wieder eine Kugel yo, what the fuck ich schau dir das mal an Ja 4 4 4 5 Da, du fällst anruhen. Was? Was? Touristlaser. Zeit, bitte. Muschel und Rohdiamanten. Sechs Stück davon. Na gut, ich würde sagen wir sprechen mit einem guten Poseidon. Wo ist er? Da ist er. Allerdings gibt es ja noch eine Kiste. Das kannst du nicht gleich sagen. Kannst du sie einsammeln? Vorsicht, sie sind etwas ölig. Okay. Ja, super. Ich meine, ich bin ein König und ein Gott. Du könntest nächstes Mal etwas energischer sein. Ja, aber trotzdem gut, dass du das machst. So kenne ich dich. Aber wir kennen uns doch gar nicht. Doch, jetzt schon. Was für ein großer Tag für dich. Tschüssi. Ja, hol dir dein Kram selber. Ja, ein von fünf Klamotten erst. Wow. Ist aber auch schlecht. Aber gut, ich will trotzdem. Das weitermachen. So, okay. Ja, Kisse geht nicht. Tja, wo geht sie jetzt wieder weiter? Da war nicht, hm? Sag mir jetzt meine Karte. Da müssen wir her. Okay, wenn ich da so, hm? Okay, irgendwie nach rechts. War ich da unten schon hier, hm? Ich glaube irgendwie schon. Oh, da gibt es noch. Was ist da so? Schauen wir mal irgendwie. Warte, ich kann irgendwie auch so eine Marke setzen, ne? Daher, okay. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall speichere ich trotzdem noch einmal. Warum auch nicht? Schauen wir mal, ob es da weitergeht, hm? Au. Gutes Zeichen, oder? Ja. Gar nicht so dumm, hm? Okay. Oh. So. Let's go. Let's go. Das war's. Was ist da hier? Schau, wie die umfallen jetzt hier. Keine Chance mehr. Das war's. 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 Wie soll ich jetzt da weitergehen? Keine Ahnung Okay, was haben wir da? Da gehört eine Kugel rein! So, die ist da zuhause Okay, da oben ist ein Block Was haben wir mit dem Block? Wo gehört er hin? Ah! Jetzt haben wir wieder keine Ausdauer Jetzt haben wir wieder keine Ausdauer Kugel oder roll Ein bisschen schneller halt, ne? Okay Okay Oh, du Arme Bitte Wacht über mich So, Speichern Okay Ein bisschen mehr von der Karte freigeschalten Speichern Stab Skal Das ist Sperlst Sperlst Wacht Das ist Das ist An Erain An Irgendwie habe ich nicht wirklich Lust Ah, ich musste irgendwie kennen mich aus Okay So, pass auf Gehe ich dich da rein, aber Okay Andere Seite vielleicht Na, da geht es glaube ich nicht durch Wo sind wir, was war denn jetzt? Hm Hm Ah Okay Wollen wir nur noch wissen, wo ich noch einen Block daher bekomme Da vielleicht, hm Wäre ja so geil, wenn wir uns umschauen könnten, hm Ja, da geht es glaube ich Also rätselmäßig nicht weiter Okay 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 Das ist jetzt 4-Hand. Okay, wo könnte noch ein Block sein, hm? Ist da oben vielleicht irgendwie einer? Ja wirklich hier! Hahaha! So! Ah! Da ist er hin! Oh fuck! Aber weißt du schon wieder dort? Oh! 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 Wow! Schauen wir mal Sieh mir ein bisschen Wo ist er jetzt hin? Okay, seht ihr Na gut So, komm Jetzt geht Der da auch Okay Irgendwie glaube ich, dass wir dann trotzdem noch so einen brauchen, oder? Oder müssen wir die irgendwie Natürlich Natürlich Geht das andere Ding auf Das rote Da brauche ich aber immer noch einen Außer Was ist denn Warte Ich stell den da her Dann tun wir den rein Dann Dann schieben wir den anderen auf den anderen Oh Mann Oh Mann Oh Mann Weiß mal, irgendwie mal Da durchkommen So Und wieder ein paar Kristalle, oder? Oh Neues Schwertchen Gratis Okay Okay Ist jetzt alles freigeschalten Gratis Nutzung Betäubung Kettenblitz Gratis Nutzung Heldenhafter Aufstieg Was ist das Ist das das? Ich habe echt keine Ahnung Was die Was diese Stats immer machen Aber hier ist es blau Ist auf jeden Fall besser So So Da ging es ja eh dann richtig weiter, ne? Ach What Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Double Und das mit der Kameraperspektive Und alles, ne? Okay, aber wir fressen noch ein bisschen Schaden Das haut uns scheinbar nicht ganz runter Irgendwie so, keine Ahnung Vielleicht doch, vielleicht nicht Au Oh Oh Dommer Berg hier Wirklich So, wo ist die Kiste? Zu hoch Ah, jetzt haben wir eben so einen gelben Ballflug zu, hm? Ja Jetzt war es schon mal grad gratis, hm? Interessant So, was geht da jetzt ab, hm? Ja Da geht wieder nix Geht nicht Noch nicht Naja, du mich auch So, wo will ich jetzt lang, hm? Da geht es weiter zum Springen Schauen wir mal was da eigentlich noch ist Ein paar Blümchen oder so, ne? Ja Okay, da ist ein Schalter, habe ich gesehen Da sind Bärchen Da sind Bärchen Okay, aber das war's, oder? Okay, dann schauen wir mal was das Ding da macht Aha Aufzug, hm? Geht wieder wahrscheinlich runter, oder? Okay, dann wird der runter gehen Wo sind wir denn da? Was waren wir da schon? Da sind haupten Gegners, sehe ich Ah, Questbereich, okay, gut Ah, Questbereich, okay, gut Wo bin ich? So, da sind wir Also Statuen Was sind wir denn da für Questbereich, hier wo bin ich? Keine Ahnung Superfissen Superfissen Bär Unholt Aha Aber ich glaube irgendwie nicht, dass der da ist, hm? Ja Ja, danke dafür Ja Scheiße, meine Wenn ich jetzt runter springe und alles Finde ich doch nie wieder zurück, hm? Hm Maybe you could solve me the second, hm? Oh Ja, ich glaube, ich bin ein paar Boom BAM! So, wo ist mein dicker Questbereich? Schön! Und wo ist er? Einer von euch? Na oder? Dann mal wieder ein gratis. Schon wieder. Dann mal wieder ein Wiesel. Dann mal wieder ein Wiesel. Kleiner Nervenviecher. Oh Mann, wo bin ich da? Tja, da gehöre ich aber nicht her. Ich glaube, da geh ich wieder hin. Nö. Bevor ich irgendwie nie wieder zurück finde. Aber da ist irgendwo noch eine Kiste. Da! Na schau. Wie spät ist eigentlich hier? Halb 500 früh. Läuft. Ja, Questbereich. Aber da ist keiner, oder? Oder wo ist er, he? So, jetzt hab ich hier schon keine Flamen, wo ich herkomme. Okay, da sind wir glaube ich richtig wegen der Fackel. Da geht's wieder zurück. Okay, da ist nämlich unser Aufzug halt. So, drauf wieder. Wo ist denn da? 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 So. Okay, keine Ahnung. Oder unten in der Szene. Okay. Uninteressant. Wo ist denn da? Wo ist denn da? Rück? Wo ist denn da? Wo ist denn da? Backkeeper, huh? Noam, okay Toznak gibt her Jetzt hab ich schon wieder keine Ahnung wo man.. Geht aber an die Bär dahinten, ne? Okay, ich glaub da gehen wir weiter, ha? Das war geradeaus. Na gut, das geht wieder nicht. Ach manche. Jo, da haben wir was zum Springen. Wo springen wir dahin? Okay. Hör auf, du scheiß Berg. Scheiß Berg. Alter, ein hoch auf die Kameraperspektive. Schneller als in jedem, immer als in jedem, keine Ahnung. Hallo? Nichts. Immer noch allein. Ich hasse das. Weiß nicht nur wo ich hinspringen musste. Ich habe noch zwei. Nein, ich habe noch zwei. Das sind ja die Einwanderung. Ach so. Ja. Na? Na, Herzländer, warum? Drehst du dich immer um? So, was gibt es hier? Aha. Was gibt es hier wieder? So. Gegner. Wie funktioniert das jetzt? Haben wir unendlich Dinge gehabt, he? Keine Ahnung. Was ist das? Was ist denn so? Weichern hier Okay, wenn ihr alle aggro auf mich seid, dann komme ich zum Spielen Oh ja Oh ja Okay, alle down Irgendwo da ist angeblich eine Kiste, aber interessant Ja gut, ich scheiß drauf, ich gehe jetzt zu dem Altar-Speicher und dann war es das für heute, okay? Götter, bitte, wacht über mich Tadaa Okay, speichern Na gut Freunde, also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Mal sehen wir mal Mal sehen wir mal Mal sehen wir mal Mal sehen wir mal